Hey ihr Lieben, schön, dass ihr vorbeischaut und willkommen zu diesem super besonderen Video. Ich bin so stolz und ich freue mich so sehr auf dieses Video. Das ist nämlich in Kooperation mit Pril entstanden. Ja, das heißt, das allein schon mega, mega cool. Was aber noch cooler daran ist, ist, dass es am Ende des Videos ein Gewinnspiel geben wird, wo du und dein Lieblingsmensch mit mir und sieben anderen Foodtubern in Hamburg ein richtig schönes Barbecue-Event erleben könnt. Das heißt, wenn du wissen möchtest, möchtest, zu aufgeregt, wie das funktioniert, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Was auch noch total cool ist, wo ich auch ganz gespannt auf eure Reaktionen bin, ist, dass ich euch im Laufe des Videos zeigen werde, wie ich mein Küchenchaos hier, was ihr gerade noch nicht sehen könnt, wie ich das relativ schnell beseitige. Das heißt, wenn ihr so zwei, drei Behind-the-Scenes-Clips sehen möchtet, die werden auch so ein bisschen ins Video gestreut, damit ihr halt sehen könnt, wie ich diesen Spülberg, der da drüben mich gerade anlächelt, wie ich den am besten beseitige und dann halt mit meiner Familie einen schönen Abend genießen kann. Okay, genug gequatscht. Ich entlasse euch ins Video und wir sehen uns am Ende des Videos mit Gewinnspiel und dem ganzen spaßigen Teil. Also bis gleich. So, ihr Lieben, dann geht's los. Wir starten mit dem Mürbeteig. Der braucht ihr am längsten. Dafür habe ich in meiner Küchenmaschine hier Puderzucker. Da kommt Butter rein und eine Prise Salz. Falls ihr die gesehen habt, die ist auf jeden Fall drinne. Ich habe damals gelernt, meinen Mürbeteig mit weicher Butter zu machen. Das heißt, die ist hier auf Zimmertemperatur und die lasse ich jetzt mit Puderzucker und Salz richtig schön cremig verlaufen, damit die nicht mehr so kompakt ist und das Salz auch eine Möglichkeit hat, schön da eingearbeitet zu werden. Dann kommt relativ zeitig mein Eigelb dazu und das Ganze wird nochmal cremig miteinander laufen gelassen. Darauf aber achten, dass ihr das Ganze nicht aufschlagt, sondern das Ganze wirklich nur miteinander verrührt. Und nach einem kurzen Moment habe ich dann auch schon mein Mehl und meine gemahlenen Nüsse dazu gegeben. Bei mir sieht das aus, als wenn ich das aufschlage, aber ich verspreche euch, meine Maschine ist auf kleinster Geschwindigkeit und die lasse ich jetzt so lange noch laufen, bis wir halt einen richtig schönen Mürbeteig daraus bekommen. Wenn das der Fall ist, macht ihr eure Küchenmaschine aus, nehmt den Flachrührer daraus und packt euren super schönen, aber halt natürlich weichen Teig auf etwas Frischhaltefolie. Dann wird das Ganze in Frischhaltefolie eingewickelt und für mindestens eine Stunde kalt gestellt. Wer Lust hätte und für wen das eventuell passende ist, der kann das aber auch schon am Tag vorher machen und den Teig über Nacht sogar im Kühlschrank bunkern. Das ist auch in Ordnung. Bei mir war es auf jeden Fall über eine Stunde, dass ich den so eingerollt im Kühlschrank habe gelagern lassen, damit die Butter wieder fester wird und der Puderzucker auch schon ein bisschen Zeit hat, sich zu lösen. Und das war dann halt, wie gesagt, nach über einer Stunde und mein Teig ist sehr, sehr hart geworden, was halt der Butteranteil natürlich mit sich bringt, weil kalte Butter halt hart ist da. So. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, meinen Mürbteig noch einmal wirklich so kurz wie möglich geknetet, dass der Teig immer noch kalt ist, aber halt wieder geschmeidig und wir damit besser arbeiten können. Und dann habe ich mit einer kleinen Extramenge an Mehl meinen Teig einfach nur ausgerollt, immer schön in Bewegung gehalten, damit er nicht am Tisch kleben bleibt, ganz wichtig, und dann einfach auf meine gewünschte Dicke ausgerollt. Ich habe damals gelernt, ich glaube, 2-4 mm dünn sollte Mürbeteig sein. Das habe ich dann halt gemacht, war dann mit meiner Dicke zufrieden, habe mir mein Blech genommen, wo mein Ring schon drauf war und so eine extra Airmat heißt das. Das ist extra für Mürbeteig, damit das Ganze extra kross wird. Der Ring ist auch so ein extra Schnickschnack-Ding für Mürbeteig, damit das Ganze schön kross wird. Ihr könnt aber einen ganz normalen Springform und ein bisschen Backpapier benutzen. Das funktioniert auch super. Das Ganze ist dann in den Ofen gewandert und schon etwas angebacken worden. In der Zeit, wo das jetzt halt am Backen ist, habe ich mich um meine Zitronenfüllung gekümmert. Bitte benutzt auf jeden Fall schöne frische Zitronen und kommt nicht auf die Idee, irgendwelches komisches Zitronenkonzentrat zu benutzen. Wir benutzen gute Zitrönchen-Bio-Qualität bitte, weil wir die Zitronen ausdrücken müssen und auch die Sesten, also die Schale benutzen müssen. Dafür sollten die auf jeden Fall von Bio-Qualität sein. Ich habe dann alles ausgedrückt und alles geschält in Anführungszeichen und dann über einem Wasserbad mit meinem Zucker und meinen Eiern plus Eigelben einfach erwärmt. Und beim Erwärmen den Herd auf mittlere Stufe ungefähr stellen oder lieber noch ein bisschen kleiner und dann werden halt eure gesamten Zutaten so lange miteinander verrührt und erwärmt, bis ihr so eine Art, ja so einen weichen Pudding daraus bekommt. Kommt drauf an, wie heiß euer Wasser ist, kann das halt etwas länger oder weniger lang dauern. Ich glaube, bei mir hat das 10 Minuten gedauert und ich habe dann doch fast konstant gerührt, bis das Ganze schön eingekocht ist und die Eier schön abgebunden sind. Das heißt, ihr könnt sehen, ich habe eine relativ dicke Konsistenz jetzt hier langsam, optimal, um damit jetzt weiterzuarbeiten. Letzter Schritt und letzte Zutat ist dann halt hier die Butter dazu zu schmeißen. Die bringt nochmal dieses gewisse etwas, diese Cremigkeit und dieses super Leckere. Wenn Butter drin ist, einmal das noch kurz miteinander verrühren, dann ist unsere Zitronenfüllung soweit fertig und wird auf unsere oder in unseren heißen vorbereiteten Mürbteig hier gepackt. Ihr könnt sehen, der ist schön goldig geworden, aber noch für mich noch einen Tacken hell, was super ist, weil was wir jetzt machen, ist unsere Zitronenfüllung da reinpacken und das Ganze dann zurück in den Ofen packen, damit unsere Zitronenfüllung nochmal so ein bisschen abgebacken wird. Die restliche Füllung könnt ihr sehen mit meinem ganzen Geschirr, mit dem Chaos, was da schon ist, habe ich mir einfach nur in ein Glas gefüllt und benutze das fürs nächste Dessert. Super, super praktisch. Ja, meine komplette Tarte ist dann nochmal für ein paar Minuten gebacken worden und ich habe den Ring entfernt, während die Tarte noch heiß ist, weil Mürbeteig fettet sich von selber, das heißt, eure Ringe müssen eigentlich nicht eingefettet werden, was super ist zum Backen, aber nachher zum Saubermachen halt doof, weil der total verfettet ist und extra gespült werden muss. Bisschen nervig, aber naja. Das heißt, Ring abmachen, wenn das Ganze noch heiß ist und während das Ganze noch heiß ist, könnt ihr schon anfangen, eure Baiser vorzubereiten. In meiner Schüssel habe ich, oder in meiner Maschine habe ich daher ganz frisches Eiweiß und in meinem Topf hier Zucker und Wasser. Und das Ganze wird jetzt aufgekocht mit einem Thermometer. Das ist bei dieser Art von Baiser ganz wichtig. Das muss auf eine bestimmte Temperatur gekocht werden und wenn das der Fall ist, kommt das Thermometer wieder raus und dann wird das in das Eiweiß geschüttet. Und durch diesen heißen Zuckersirup, den wir jetzt dazu schmeißen, wird euer Eiweiß gekocht und ihr bekommt eine richtig gute Stabilität, um das dann aufzuspritzen. Das Einzige Dore daran nur ist halt, dass dieser eingekochte Zucker einfach manchmal ewig braucht, um den sauber zu machen. Aber da zeige ich euch auch nachher noch einen Trick, wie ich das relativ schnell und voll einfach eigentlich wieder sauber bekomme. Bis wir dazu kommen, erstmal die Baiser noch laufen lassen, bis die wieder lauwarm ist ungefähr. Dann könnt ihr den Besen rausnehmen und euch euren Spritzbeutel schnappen. Ich benutze hier einen Einweg-Spritzbeutel. Ich arbeite damit einfach am liebsten. Vorne als Tülle habe ich eine St. Honoré-Tülle. Sagt vielleicht nicht jedem was, aber wenn ihr jetzt gleich seht, wie ich damit arbeite, versteht ihr das? Das ist super einfach. Ich verlinke euch mal Beutel und Tülle unten in der Infobox. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Sterntülle benutzen und ganz viele Rosetten aufspritzen. Das funktioniert natürlich auch. Sieht auch super hübsch aus, aber ich wollte euch mal diese Art von Garnitur zeigen. In meinem Beutel habe ich also meine Baiser und spritze eigentlich nur ganz einfache Schlangenlinien auf oder Zickzack oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und dadurch kriegt ihr einfach diese super coole, diese Optik einfach. Das heißt, das macht ihr dann auf der kompletten Tarte, bis ihr zufrieden seid mit der Menge an Baiser, die ihr habt und der Optik. Und dann schnappt ihr euch das letzte Hilfsmittel, was ihr braucht, und zwar einen Bunsenbrenner. Ich mache das am liebsten mit einem Bunsenbrenner. Ihr könntet die Tarte aber auch im Backofen nochmal ein bisschen backen, dass eure Baiser richtig ausgebacken und getrocknet wird. Aber mit dem Bunsenbrenner kriegt das halt so ein viel schöneres, karamelligeres Aroma, was ich mag. Und die Baiser bleibt halt auch noch ein bisschen weich, wie so eine Art Marshmallow. Wie gesagt, was ich halt mega geil finde. Aber wie ihr es halt haben möchtet, ich schreibe euch auf dem Rezept beide Optionen und ihr guckt einfach, womit ihr besser fahrt. Ganz einfach. Meine Baiser-Tarte oder Zitronentarte war dann aber erstmal fertig und ich habe die in den Kühlschrank gegeben, bevor wir die anschneiden können. Und in der Zeit konnte ich mich dann um meinen Super-Küchen-Chaos kümmern. Ich habe eine Gastro-Küche, das heißt, die ist ultra tief, das heißt, da passt ultra viel rein, was manchmal ganz praktisch ist, aber eigentlich total nervig ist, weil ich dadurch einfach noch mehr Spül gefühlt ansammle. Ich habe mich dann zuerst um meinen Zuckertopf gekümmert, wo ich euch gesagt habe, dass das echt hartnäckig ist, manchmal das da rauszubekommen. Wenn man es aber richtig macht, packt man da eigentlich nur einen Schluck heißes Wasser rein, ein paar Tröpfchen vom Priel und dann lasst ihr das in dem heißen Wasser einfach so sitzen und dadurch schmilzt der Zucker eigentlich von alleine, was super, super praktisch ist. Also da müsst ihr eigentlich nicht viel machen, nicht groß schrubben. Wenn ihr ganz hartnäckige Zuckerreste habt, so wie ich das jetzt hier hatte, habe ich nochmal einen Schluck Wasser da reingetan, nochmal ein paar Tröpfchen Spüli und habe das Ganze dann auf dem Herd einmal aufgekocht und spätestens dann ist eigentlich immer alles weg und ich kann mich um meine Fertigstellung der Tarte kümmern. Die war zu dem Zeitpunkt hier halt richtig schön kalt und ihr könnt sehen, die ist schön fest, die rutscht so ein bisschen auf meiner Platte hin und her, aber für ein Foto hat es auf jeden Fall gereicht. Ich habe mir dann nochmal ein paar Zitrönchen genommen, die Sesten abgerieben und die Sesten dann zum Dekorieren genommen. Wer mag, so wie ich immer, packt noch ein paar Pistaziengehackte da drauf und dann seid ihr eigentlich fertig. Und so doch eigentlich relativ einfach macht ihr dann die Zitronen-Beset-Tart und so eigentlich relativ einfach ist dann auch der Abwasch. Wie gesagt, wenn man gutes Spüli hat, ich sage immer Spüli dazu, wenn ihr einfach eine gute Flasche Priel da habt, meine Omi hat mir schon damals immer gesagt, bei Spülmittel und bei Waschmittel kommt ihr nichts günstiges ins Haus. Die braucht was Hochwertiges, das habe ich damals von ihr so mitgegeben bekommen. Auch meine Mama hat immer wieder gesagt, kauft ihr eine gute Flasche Priel, die ist super ergiebig, da hast du lange was von und die macht, dass das Spülen einfach viel schneller ist. Und ich glaube, ihr habt meine Sammlung an Priel gesehen. Ich liebe halt auch diese ganzen verschiedenen Gerüche. Das ist so ein Spleen von mir, wo mein Mann auch immer am Lachen ist. Aber okay, lasst uns über das Gewinnspiel sprechen. das Highlight des Videos einfach. Es ist gar nicht, gar nicht schwer. Ich schreibe euch dennoch die genauen Teilnahmebedingungen unten in die Kommentare. Es ist aber total übersichtlich. Und zwar möchte ich eigentlich nur in den Kommentaren von euch wissen, warum du mit deinem Lieblingsmensch und mir super gerne so ein Grill-Barbecue-Event einfach erleben möchtest. Ja, mir ist da schon nicht bald. Einfach kommentieren, warum wir zu zweit beziehungsweise zu dritt mit sieben anderen Food-Tubern und deren Begleitpersonen einen schönen Abend verbringen sollen. Ich freue mich auf eure Kommentare und Moment, da kommt jemand, der kann selbst noch was dazu sagen. Mama? Nicht klingeln. Komm mal kurz. Warum denn nicht klingeln? Komm mal kurz. Komm mal kurz. Hast du mir damals gesagt? Hast du mir damals? Mimi! Ist gut jetzt. Hast du mir damals gesagt oder war die Oma das, dass man bei Spülmittel und bei Waschmittel einfach das gute Zeug braucht? Schon immer, ne? Da ist die Oma auch verpingelig, glaube ich, immer gewesen. Also einem investieren lohnt sich dann, ne? Okay, ich bin jetzt fertig und dann können wir... Ja, der Hund ist auch ungeduldig. Ja, okay. Ich bin jetzt fertig. Wir sehen uns im nächsten Video und wir gehen jetzt Kuchen essen. Tschö! ведer dich. Oh no, it was never there tonight. Oh, oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017